Auf ein neues Tagesaufgabe. Durchatmen. Diesmal versuchen die beiden Fehler vom letzten Mal nicht zu wiederholen. Auch wenn ich die ganz schön garstig fand. Also der abprallende Stein am Boden und die eine Stein-Stachelfeil-Falle da oben, die nicht ausgelöst wurde. Oh, ich höre schon was schreien. Da, hallo, willkommen zu dir. Ganz leicht anscheinend. Dich können wir ignorieren. Warten bis der Stein landet. Ich würde eigentlich ganz gerne da rüber, genau. Du bleibst mal da. Die Kiste hätte ich nämlich auch gern. Bestimmt drei neue Bomben drücken. Jo, sehr gut. Da runter. Oh, das war risikoreich. Die hätte sterben können, wenn unten stachelt werden. Ist das so ein Reflex, die irgendwie mal wegzuwerfen? Ich weiß auch nicht. Warte mal. Oh, 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 oh. Willkommen. So, 5000 Gold. Ist eigentlich zu wenig. Wir müssten noch Zeit haben, oder? Geist? Braucht ihr noch ein bisschen? Gucken wir mal von hier wieder nach da rüber. Äh, komm. So. Ja, komm ich. Sehr schön. Wo komm ich hier irgendwo noch an Gold dran? Können versuchen den Stein. Genau. Da oben. Oh, da müsste ich hier wieder ein Seil verballern. Nee, 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 nee. Hier noch irgendwo? Nö. Okay. Das Level will nicht. Dann sollten wir das Level nicht drängeln. Und einfach rausgehen. So. Ein bisschen Gold. Nicht die 10.000, die wir sonst so haben. Aber, pfff. Was soll's. Küsschen. Kein Schaden. Das ist am wichtigsten. Schlangen. Ich hasse Schlangen. Bist du ein Skelett? Nein, du bist ein Skelett. Oh, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das war die falsche Taste. Gut, dass ich das Mobile nicht getroffen habe. Äh, alle hopp. Oh, 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 oh. So. Wie tief nach unten geht das da? Oh. Und ich kann nicht nach unten so werfen. Ah, das geht ganz schön tief. Zeug. Schade. Ich hätte mit der Bombe vielleicht auch noch wegräumen können. Aber na gut. Das muss weg. Hier so. Jo. Dann hätten wir gerne dich. Zeug. 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 Komm her. Zeug. Ob wenn das gar nichts bringt. Aber pff. Oh, warte. Schon besser. So, wie komme ich an den Blondinen da oben? Sprengen. Warte mal. Erstmal machen wir hier ein bisschen Ordnung. So. Sammeln Gold ein. Sammeln Gold ein. Ist alles gut. Und dann machen wir hier ein Loch. Wusch. So. Du musst mit. Dann holen wir die Blondine. Befreien danach die Kiste, die da noch irgendwo eingesperrt ist. Achso. Du musst wieder. Dann holen wir die Blondine. Guck. Genau. Das dauert alles zu lange. Der Geist kommt gleich. Achso. Dich brauchen wir, um die Kiste rauszuholen. Das Gold hier im Boden nimmt auch noch mit. So. Gib mir was Schönes. Brauchen sie schön. Was haben wir hier noch so? Keine Spinner-Decke. Ist schon mal gut. Ne. Ne. Okay. Raus hier. Oh. Random Edelsteine. Auch schön. Ein bisschen hauen. Okay. Man muss das nur echt nicht übertreiben. Weil die Spitzhacke ist zu praktisch. Wobei wir aber auch ganz schön viele Bomben haben. Oh ja. Kann man nie genug haben. Von beiden. Oh. Ein Job. Mit Bomben und Seilen. Äh. Wie toll ist ein Seilpaket? 2.750. Hm. Nö. Ich hoffe einfach, dass ich, wenn ich das nächste Mal. Ach du. Tsk. Bitte was? Das ist nicht nett. Zeit. So. Warte. Das machen wir anders. Oh. Oh. Okay. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Okay. So. Wir bringen dich weg. Mist. Okay. Wir bringen dich weg. Wir springen dich. So. Ich hätte erst das Blick-Axt-Ding mitnehmen sollen. Damit ich mir den Weg zurück einfach eröffnen kann. Da ist der Schlüssel. Ne. Jetzt brauche ich hier das eine Seil. Oder ich spreng mich. Warte. So. Jetzt müsste ich vor nicht. Ne. Komm ich nicht. Okay. Was soll's. Style. So. Du kommst mit. Hopst. Na. Nix drin. Okay. Da ist nix. Okay. Wir müssen. Keine Schlüssel rankommen. Du weg. Komm her. Kleine Mann. Komm her. Na komm. Sproing. So. Ach Mist. Er ist nicht reingefallen. Aber ich hoffe er läuft nach. Äh. Ich hoffe er läuft nach links. Nee. Nix da. Achso. Dich brauchen wir noch. Und dich brauchen wir. Und jetzt kommen wir eigentlich weg. Aber ich hätte noch gern das Gold da. Und ein Kali halt da. Und sonst nix. Die könnten wir kaputt hauen. Aber das bringt uns nix außer Befriedigung. Also gehen wir raus. Küsschen. Da ist ne Stein Stachel Fallen Dings. Flup. Hihihi. Spinne von Edelsteiner schlagen. Sehr gut. Äh. Hier sind ganz schön viele Spinnen. Oh. Das wollte ich nicht. Weitsch. Ganz schön viele Kisten wollte ich sagen. Oh. Okay. Auch Fledermaus. Und ein Küsschenstand. Oh. Wobei wir echt nicht so wirklich Lebenspunkte brauchen. Äh. Runter. So. Noch mehr Edelsteine. Sproing. So. Kämpf mit der Schlange. Macht er nicht. Ich weiß. Aber. Ist da ein Mäusel noch in dem. Sehr billiges Modell. Ne. So was sollte man meiden. Zing. Wenn ich den Rubin da frei haue, dreht dann der Händler hier durch? Ich will es nicht riskieren. Äh. Warte mal. Weitsch. Da ist auch noch so ein blauer. Warte mal. Ups. Ah Mist. Okay. Au. Au. Das läuft nicht so wie ich es geplant habe. So. Das ist alles nur für einen Rubin. Okay. 1200 Gold. Der kann man echt nicht mehr haben. So. Drei Bomben. Oh. Da ist ein Skorpion. Ja. Und da ist der Ausgang. Guck mal hierher. Zeug. So. Kaputt. Kaputt. Kommst du jetzt gleich wieder angelaufen? Oh 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 oh. Du bist ganz schön akku. Aha. Yeah. Blattamaus. Komm. Feitsch. Oh nein. Gehst du kaputt? Nein. Gehst du nicht. Aber ich wollte den Smaragda frei bekommen. Und nicht so ein Döns. Na gut. Ja. Oh. Geist. Kommst du von rechts? Nein. Das wäre. Oh doch kommst du. Ich wollte gerade sagen das wäre ja zu praktisch. Äh. Wart mal. Ist hier noch was drin? Ja. So. Den Rubin hier oben. Den wir noch haben. Oh. Oh. Ah doch. So kann ich noch. Plupp. Und raus. Boah. Kein Küsschen. Und wir sind schon im Dschungel. Das ging ja richtig. Klopp bisher. Ja. Aber leider immer noch klein. Äh. Kein Kletterhanschuh. Das sollten wir nachholen. Hops. Äh. Ups. Warte mal. Nein. 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 Oh oh. Ja. Mh. Plan war. Ich springe auf den roten Frosch. Und dadurch dass ich auf ihn rauf springen werde ich hochkatapultiert und gehe rechts wieder raus. Dann dachte ich mir. Ach du Scheiße. Der Frosch explodiert gleich. Und wollte dann nach oben ein Seil schmeißen. Ich habe aber eine Bombe geschmissen. Das ist gerade passiert. Mist. Ah. Das war ein richtig schöner Run. Also ja. Die letzte Etage war ein bisschen doof mit den zwei Leben verloren. Weil ich das eine Edelstein-Dingeste haben wollte. Aber ansonsten ein richtig schöner Run. Na gut. Bestenliste. Mh. Platz 4. Oh. 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 Ach. Ist nur eine Seite. Ah. Ist ja komisch. Okay. Na gut. Wir sehen uns dann morgen wieder. Zu einer neuen Tagesaufgabe. Na gut. Bis dann. Ja. Dass bitte die Zeit von見て. Oh.